So, jetzt kann ich losgehen. Ich freu mich schon so auf unser Picknick, Elmo. Ja, ich auch. Raus in die Sonne. Ja. Oh nein. Aber da war doch eben noch Sonne. Ja, jetzt nicht mehr. Och, Meno. Och, Mann, blöder Regen. Jetzt können wir unser Picknick im Grünen vergessen. Ja. Na ja. Vielleicht auch nicht. Hm? Ja, also grün ist es ja hier auch. Eww. Ja, und ne Decke haben wir ja sowieso. Das ist doch nicht das Gleiche. So, ja, ja, ich weiß, Blumen fehlen noch. Die Blumen? Ja, wie draußen auf der Wiese. Die hier sind doch gut. Ja, aber ich mein ... So, geschafft. Hm, was fehlt jetzt noch? Ähm, Essen? Ja klar, essen. Natürlich. Tadaa, fertig. Wow, nicht schlecht. Hm, fast wie draußen, oder? Ja, fast wie draußen. Scheiße, ich weiß, was? Hey, was Toldorin? Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020